Chalvea kocht. Heute Paoje Keijo. Zumindest versuchen wir es. Nummer eins, wir nehmen 100 ml Pflanzenöl, 120 ml Milch, kochen das ganze auf, ein bisschen Salz dazu. In der Zwischenzeit nehmen wir Tapioca Stärke, das gibt es im gut sortierten Asia Markt. Wenn es aufgekocht hat, geben wir die heiße Masse zusammen mit dem Mehl und dann wird fleißig gerührt. Ich habe gematscht und gemacht und ich war zu ungeduldig, mir war das nicht fest genug, deswegen habe ich ein bisschen Wasser reingetan und das war der Fehler. Naja, dann muss man dann noch Eier reintun, zwei Stück und 400 Gramm Käse. Dann wird das Ganze verknetet und dann gibt das einen hübschen Matschig-Teig. Dann mache ich hier das Backpapier drauf, damit es richtig hält, knütteln und dann zusammenziehen, wunderprächtig. Und jetzt mache ich hier diese Bällchen. Wie ihr seht, im Zeitraffer fallen die ganz schön auseinander. Das ist, weil da zu viel Feuchtigkeit drin ist. Hätte ich das mal vorher gewusst. Aber naja, hinterher wird man klug. Es ist wirklich besser, weniger auf das Blech zu tun. 180 Grad, Umluft. Und dann, naja, was soll ich sagen? Sie waren super lecker. Aber man sollte vielleicht ein bisschen mehr Platz lassen. Und vor allem kein Wasser dazu tun, egal wie komisch einem das vorkommt. Trotzdem war es super gut. Guten Appetit! Und dann, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.